Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. Terror-Mainer DLC, der nächste Turm steht an. Dann prügeln wir uns da noch ein paar schnell durch. Ah, gut, du hast es geschafft. Jetzt den Neko-Plattensplitter finden und weg hier. Mhm. Ja, das ist in der Sache. Wie gesagt, ich dachte, wir müssten in jedem Turm nur einen der Wächter töten. Von daher, das zieht es halt jetzt etwas unnötig länger, aber wie gesagt, kann ich ja mit dem Gott-Modus verkürzen. Jetzt glaube ich auch tatsächlich so das erste Spiel. Ähm. Hier auf dem, äh, also jetzt mit dem neuen Rechner, das heißt so neu ist er ja gar nicht mehr, dass es mir so in die Knie geht. Ja, ist halt 2K und hoch oder ultra, ich weiß es nicht, aber ja. Frisst halt schon. Okay. Dann die nächste Bagageskelette. Genau, erledige ich euch doch gerade mal selber. Passt. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt gleich den Wächter haben. Autsch. Na? Wo sind denn deine Kollegen? Da hinten. Wo seid ihr da oben? Jo. Hör mal auf damit. So, tschüss. Ich kann auch die Fähigkeit mal ein bisschen nutzen, dass ich mich da wieder dran gewöhne. Okay, du bist hier unten. Okay. Auf Wiedersehen. So, da haben wir die zweite Runde. Wie gesagt, ich kann mich irgendwie an den dritten Wächter bei der letzten Tour nicht erinnern, dass da einer kam. Aber mir sollte es ja auch recht sein. Obwohl, nee, doch, der war, glaube ich, ein bisschen größer. Kann das sein? Hier werden es ziehen. Ich glaube, die haben jetzt einfach nur Reskins genommen. Also die, quasi die Modelle und, äh, beziehungsweise Animationen von den anderen Gegnern. Und dann halt Skelettmodell drüber gemacht. Aber das reicht ja eigentlich auch. Ich meine, da müssen wir jetzt hier noch extra komplett neue Animationen für erschaffen. Ja, aber wie gesagt, da hatte ich ja schon gesagt, diese, diese Wellen-DLCs mag ich halt überhaupt nicht. Von wegen, dass dann, dass du halt irgendeine Arena geschmissen wirst und da halt dann verschiedene Wege in der Wellen überleben musst. Meistens dann auch mehrfach und das ist einfach nur dann der komplette DLC. Dann lieber was mit Story. Generell. Ich vorzuge hier auch Sachen mit Story in Spielen. Nicht irgendeines Repetitives. Gut, Wächter ist da. Ach, da oben. Ist ja noch voll weit laufen. Aber der ist, glaube ich, jetzt wieder so was stationär, oder? Ne. Ah ne, du bist, okay, das ist einfach nur der Letzte, der dann halt entsprechend aussieht. Oder anders ist. Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen mehr ausgehalten, kann das sein? Wahrscheinlich ist er mir deswegen halt noch nicht aufgefallen. So, ah, okay. Okay, jetzt gibt es hier eine Bosskampf-Arena. Doch ein bisschen was anderes. Alles klar. Bist du nicht dieser abgedrehte Freak aus dem Samstag-Mauten-Cartoon? So, ungefähr. So, ich brauche mal kurz Overdrive. Ja, dass das klein jetzt, was schneller geht. Da haben wir noch ein paar Minions. Hallo. Bestimmt, ich habe ja auch Doppelsprung. Und jetzt Overdrive. Sehr schön. Danke. Also, ich glaube, weil hier nicht so viel Feldtritt austritt, ruckelt das dann auch eben nicht zu sehr. Ich verstehe. Du kämpfst gut, aber die Invasion der Skelette droht nach wie vor. Es fehlen noch Splitter. Auf, auf! Ja, ja, bin dran, bin dran. So, parieren. Äh, mit dem Schwert parieren. Okay. Ah, interessant. Dann, ja, obwohl... Ja, nehmen wir uns den vielleicht erst mal... vor... Hier ist ja noch ein Ort. Da, ein Knochen-Turm. Da ist ein Splitter drin. Jupp, bescheid so. Hallo. Hallo. Locken wir euch mal kurz weg. Oh, ist ja einiges hier. Ja, da können wir uns das Overdrive auch mal leisten. Und hier einfach mal gemütlich hochlaufen. Das ist doch schon mal eine angenehme Abwechslung. Nicht zu viel Jump'n'Run. Okay. Zweite Runde. Okay. Rein da, auf die Kacke hauen. Splitter holen und wieder raus. Ach, hier ist es auch... Okay, das... Okay, der ist tatsächlich nicht so schwer, sehe ich gerade. Das sind nur drei Wächter und nur Level 9. Wahrscheinlich doch die Falschnitz angefangen. Oh, gab es nicht noch Level 12? Oh. Ich weiß es gar nicht, aber dann sollte er ja etwas schneller gehen. Ich warte auf den Wächter, bis ich Overdrive zünde. Okay. Ich komme nicht am schnellsten da hoch. Oh, hier fährt doch irgendwas. Wie witzig. Eine aktive Bahn unterwegs. Gut. Der Wächter ist erwacht. Hallo. Dann hauen wir dich mal fix um. Ja, ich glaube, es sind aber diese Trittsplitter. Die das halt so auseinanderreißen. Okay, interessant. Dann kommen wir jetzt nicht mal dicht dran. Okay, die Arena ist größer, als ich dachte. Nicht schlecht. Die Apex-Engine. Okay. Overdrive wäre bereit. Dann bräuchte ich doch einen Wächter. Okay. Dann bräuchte ich doch einen Wächter. Ich habe das überlebt. Okay. Gut. Wer hätte das erwacht? Oh, ich habe mal Mission für die BFG, oder? Nein. Die sah nur so aus. Dann kommen sie doch mal her. Hi. Die Frage kommen jetzt drei von den, in Anführungsstrichen, normalen hier? Oder auch wieder der letzte, der etwas dicker ist? Das wäre halt die Frage. So, nochmal schnell viel Tritt einsammeln. Können wir euch eigentlich schon mal erledigen. Bevor ihr auf Dumme dann kommt. Ja, diese rumfliegenden Dinger mag, mag der Rechner irgendwie gar nicht. Rumfliegende Munition. Aber ist ja zum Glück noch im Rahmen. Sonst ist es hier bei 90 bis 100 FPS. Und das halt mit Aufnahme. Und der Wächter ist da. Okay, so ich jetzt wieder auch nur ein normaler. Ich frage mich, ob ich den hier in den Zug locken. Oder auf den die Schienen locken kann. Und dass er dann vom Zug überfallen wird. Äh, überfallen, überfahren. Hallo, ich bin dein Zug. Gib mir all dein Geld. Wir sind hier nicht bei der Deutschen Bahn. Ja, ich weiß, es ist gerade viel los. Was war denn das jetzt für ein Blödsinn? Ja, also genau, das ist halt dieser Mist, was man dann alles nochmal neu machen muss. Gut, ähm, ich mache einen kurzen Schnitt. Ähm, ja, wie gesagt, sonst lag halt der, das Ding immer rum. Diesmal muss ich wieder irgendwo hinspringen. Aber ja, ich hau die kurz nochmal um und dann, äh, sehen wir uns beim Splitter. Oder beziehungsweise wenn ich den Splitter einsammeln kann. Okay, zweite Runde geschafft. Diesmal habe ich auch den Sprung hier gekriegt. Bin nicht irgendwo zwischendurch hängeblieben und gestorben. Ähm. Ah, okay. Hier ist wieder so eine Schallplatte. Okay, der ist unstaunlich weit weg, diesmal der Splitter. Bissen wir jetzt hier wieder Gegner bekämpfen? Nö. Auch das wäre es, wenn ich jetzt dadurch gestorben wäre. Okay. Gut, okay. Einer weniger. Und weiter. So. Ach, die kriegen wir dann, wenn wir die... ...gemacht haben. Also, die kriegen wir als Belohnung für die Türme. Ich verstehe. Gut. Dann, ja, haben wir die beiden noch. Nehmen wir uns den vielleicht zuerst. Der ist ja doch etwas näher. Okay, ja. Da können wir da einigermaßen springen, wie mir scheint. Da ist noch ein Knochenturm. Aber erst mal aufräumen hier unten. Ah, nett. Ah, nett. Ja, ich glaube, das in Kombination mit Overdrive wird dann echt witzig. Jo. Cool, cool. So. Ah, ne. Ah, ne. Nicht so viel zum Rumspringen. Okay. Dann mal gucken, wenn wir in der nächsten Folge auch wieder zwei, äh... ...Türme hinkriegen, dann... ...wifel müssen wir denn... ...hinkriegen wir da bei, wie wir verbrauchen. ...dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.